So, jetzt sind wir hier bei meiner Ansteuerung. Man sieht hier oben meinen Fernwerkempfänger sowie meinen Schaltkasten hier drin. Ist alles bereit. Und hier eben den Sonnenburg-Simulator, mit dem wir dann die 5-Ton-Folge hier für den Fernwerkempfänger auslösen. Und dann geht das hier über diese Leitung hier rüber für die Ansteuerung an einen Schutz für die FMSI-61. Ja, alles bereit. Dann fangen wir an. Also hier sieht man jetzt die Adresse, die ich jetzt für den Fernwerkempfänger, mit der ich jetzt den Fernwerkempfänger anwähle. 70316. 70316. Warnung. Und jetzt geht es hier los. Zack, zack. Und man hört den Schaltkasten. Und jetzt geht es hier los. Und jetzt geht es hier los. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020